Okay, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir machen heute nur eine kurze Aufnahme für YouTube. Ich werde heute auch ohne Cam aufnehmen. Ich bin nicht ganz so fit heute. Wir gucken uns aber jetzt als erstes mal an, was die Pilzmenschen so haben, sind, was sie tun. Ah, dieses Loch ist mir nicht ganz geheuer, bin ich ehrlich? Würde mich freuen, wenn nicht gleich wieder irgendwie dieses blöde Mistvieh irgendwo spawnt. Wir sind da gar nicht drin, aber... Alle haben Wahrnehmung um Fiegeschlange, das ist ja geil. Boom, jetzt fliege ich gleich in die Luft. Huch! Gag! Got someone looking up on us! Oh, hi! Too loud, Sunscum. Heard your stumbling. Can hear you blinking. Nois gets you eaten down here. Rick and I'll hush you. If all something hungry comes along. Oh no. His fist grips an axe. On his gnarled grey skin you see the absolute brand. Haltet euch zurück. Ich bin ein Anhänger der absoluten, genau wie ihr. Einen schüchternen Finger weg von der Axt, wenn ihr sie behalten wollt. Lethiden, Weisheit, Nein. Brand mag ihm dein Mahlzeigen. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Hinten? Slave ran away. Slave ran away. Took Sergeant Fringe Boots. Got a killless slave and fetch back the leather. Or the bosses in Moonrise, they'll have Fringe hide. Äh, habt ihr wirklich jemanden wegen ein paar Stiefel getötet? Ich helfe keinem Sklaventreibern. Sergeant told me to. Oh. Besides, we're talking about a slave. Help? You don't even know what you'd be up against. Slaves gotta sell some protection. Hiding up there in a myconid circle. Can't get past those rock flowers. They get in your head. Make you see things. Half my squad jumped off a cliff. Laughing. Not quick. I'll wait here. She'll make a run for it eventually. Then I'll get her. Hmm. Good. Do well. And there might be a reward for you back at camp. But that comes later. Boots first. Then you'll get what's coming to you. Okay. She's with the rest of our expedition. Across the lake. A special mission for the absolute. Okay. Seht sich ausrassend wieder nach. Tiefen genommen schlaven. They were the same. But this one's got fancy boots. Mhm. Was ist denn Henker? Stammt der denn bitte? Ah lol, wo kommt die denn her? Hm. Findet ihr das Nachtlied? Den Schrein. Findet ihr die vermissten Stiefel? Findet ihr die entflorenen tiefen Gnomen da oben? Okay, wir haben ja mit dem Dings haben wir uns ja schon gut gestellt. Und jetzt mal gucken, dass wir das Nachtlied noch finden im Tempel. Aber wir machen jetzt dann doch erstmal die andere Quest. Wir gucken. Also ich will sie nicht töten. Definitiv nicht. Ich werde gucken, dass ich hier die Stiefel abnehme, ohne sie umzubringen. Das ist mein Plan. Äh, weiter geradeaus. Sorry. Da geradeaus und dann da oben nach links. So, ich bin mit dem Pizzen kümmern. Okay. Schwarzseekrotte gespeichert. Ich speichere mal Sicherheitshalber noch zusätzlich ab, hm? Just for the safety. Äh. Hi. Oh, wir haben den Weg mit. Haben alle nicht so ein hohes Level, aber haben halt alle irgendwie... Krass. Okay. Oh, hier können wir was verkaufen. Oh mein Gott. Hi. Lörg. Oh. Mhm. Hm. Ich habe noch nie von einer Gesellschaft der Brillanz gehört. Ich habe noch nie einen Hochgoblin wie euch getroffen. Ich habe Pilze gesammelt. Äh, ich habe mich hier unten verlaufen. Ein gemeinsames Phänomenon in the Underdark, I'm afraid. Could I ask what you were searching for to begin with? You were infected by an illithid Tadpole. It's a miracle you're still intact. You must be worried sick, but have no fear. I have a friend who may be able to assist. Natürlich. I hope this is important, Blurg. My Zerkwood samples need constant attention. Oh no. It is. This adventurer has an illithid Tadpole inside her head, but she hasn't turned. What? What? That's impossible, but intriguing. Are you looking to have it extracted? Geich, your head will make a fine trophy for my queen. Please hold. I understand your rage against my kin. One of my brethren forced a tadpole into your eye. Or ear, perhaps. But I assure you, I stand with the society of brilliance. Not the colonies of my people. Fool. They infest your head and invade your dreams and still you would polly. I ask only that you refrain from violence. I respect that your opinion of my kind may be charged. If that settles matters for the time being, would you like a diagnosis? Open your mind to me. Let us see what lurks within. If that's a good idea. I don't know. As a man's mind pierces yours, the tadpole forces with power. It feels ten times its size. Alive. A weight. Almost smug. This is most unusual. The incubation period should be complete. As should your transformation. But the lava is infused with strange magic. It appears to be in some form of stasis. I can only theorize, but I suspect your transformation would be both agonizing and instantaneous. I thought it was always agonizing, Amelium. Well, yes. But that wasn't my point. Of course. I am sorry I cannot assist you in its removal. Oh, okay. But I have an idea. Okay. Oh, perhaps I should start taking notes. There may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances that can influence the mind. I do not intend to shatter its protection. I need only bypass the interference that prevents me from communicating with the lava. Ahhhh. A tincture distilled from a collection of rare mushrooms. They have subtle psionic influence. Hmm. I would require a fresh tongue of madness and timusks spores. But be warned. In their natural state, both of these mushrooms can be quite dangerous. Timusks cause confusion in those that approach them. Hmm. The tongue is self-explanatory. Hmm. Man sollte beides wohl lieber nicht essen, reizen. What find ich denn diese Pilze? My formula will hamper the more harmful effects, once the mushrooms are brewed into a potion. Your sanity, however much you possess, should remain intact. Hmm. Sollte intakt bleiben. Hmm. Ahhhh. Das klingt eigentlich zu riskant. Lieber nicht. Hmm. 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 Understandable. If you change your mind in the future. Say it as such. I will perform the experiment then. Oh man. Was steht jetzt genau? Have I seen anything like him? As my species evolved. Welcome back. Have you made any new discoveries? Have you made any new discoveries? The feeling is mutual friend. I have only passing familiarity with the surface races. But I found that there is as much to learn from an individual as there is from a community. So it is with the Mykonites. They live in harmonious unity. But each has a unique personality. Hmm. low- Bucking exhale. Yes. But it has abundant natural resources. Spores. Waterorbs. Tralimac. I've studied them for years. Was hat eure Untersuchungen gegeben? Das ist nicht ein Wasteland. Es ist ein glückliches Ecosystem. Alle Zivilisation hier könnte ohne Konflikte thrive. Ich habe einen guten Bargain. Wenn irgendwas in meiner privaten Kollektion ist, ist es zu deinem Liegen. Was ist das, was ich denke? Ist das ein Ein-Handschwert? Ist tatsächlich ein Kurzschwert. Lieblingswaffe. Die Waffe hat einen Bonus von nur ein Schaden und Angriffswert. Mhm. Also das ist definitiv was, was ich haben will. Ich nehme doch noch irgendeinen... Okay, ich kann die Magie dieses Gegenstands absorbieren und ihn zerstören. Berufungszauber. Ah, okay, da steht immer bei, ob Gale das kann oder nicht. Ich würde nur schreiten. Äh, schwieriges Gelände nicht beeinträchtigt. Gerne. 900 noch was, erst mal. Okay. Ähm. Ich hätte auch noch irgendwas, was Gage absorbieren könnte. Gerne irgendwie zwei Sachen. Vielleicht sogar so und so. 1300 noch was brauchen wir. Schmeißen wir mal alles rein. Ähm. Das ist ja alles mehr, ne? Äh, ja. Schmoller, die Löffel Achid Schlafsack? Ja, kann ich Schädel, Schädel Seil, Silverteller Ich Rotten hier Ähm Fleisch Schmoller, den Korb Zang Ähm 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 Letztendlich, ob der Eiskristall irgendwas macht Die Fläche kann noch weg Auch weg Aber was haben wir denn noch? Die Fläche kann da noch mit rein Ja, die wir nicht brauchen Rein hauen Äh, der Schwede Geht in hier Äh Ach so, ja, genau Der Heiltränke, das ist noch wichtig Die hätte ich gern alle vier, danke Nee, da würde ich über dieses Angebot nicht glücklich sein You don't say Drei kann man noch haben Ähm Schild noch Schild noch Im Stein Für euch Ist 300 drinnen Holy shit Ei, 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 ei. Ob den Fisch kann er noch haben? Ah, meine Gefühlung. Fisch kann er noch rüber. Ich will halt gucken, dass ich nicht so viel... Äh... Gut ausgleichen. Ich bringe mir ganz schön viel Gnedisphäre aus, aber das ist okay. Wir könnten alternativ, warte mal. Ich will mal noch rausnehmen. Noch 800. Weg damit, so. Sollte okay sein. Viel Spaß dabei. So... Tagebuch. Müssen Stiefel. Ähm... Warte, jetzt erstmal da reingehen. Dann geben wir diese Waffe... Ach, was mach ich denn? Hm, du behältst das, aber diese Waffe geben wir... Hier, ähm... In der See... Heizkette... Brauch man nicht, die kriegt ja Dings zum Entzaubern. Und was hatte ich noch? Dings... Wenn der Träger Blitzladung erhält, bekommt der auch drei temporäre Trefferpunkte. Der Träger keine Blitzladung mehr hat. Äh... Zum solchen Rufffall, wann immer du magisches Geschoss wirkst. Können beide tatsächlich dann einfach von Gale... Äh... Enchantet werden. So... Ne, nicht stehen. Ich sehe... Ich sehe... Hat noch mittlerweile sehr so viel Kram. Äh... Ach, das ist gut. Äh... Gut, und... Das? Äh, da hätte ich gern das. Zwei Kurzschwerter mit Dingens drauf, das ist gut schön. Gut... Okay, wir dürfen die Pilze nicht nehmen. Die eigentlich zu erwarten waren. Licht zu sein. Ich gucke mal, wer da liegt. Börgergift. Börgergift. Don't! Ihr Kondition ist familiär. Poison. Deriviert von wild weed, common to the Underdark. She'll need an antidote soon. Most likely held by the Poisoner. Äh... Schade. Den hat mich wieder um, das ist hier, was soll ich wieder Olympic HD. Steine. ZYNCH. Vielen Dank.